Ja hallo und herzlichst Willkommen zu einem neuen Let's Play bzw. The Ruffin Review Let's Play ähm ja zur M249 so die Medic Waffe ähm sorry ist halt etwas gelaggt gerade wir sind auf Sharky Rush und es geht eigentlich recht ab ja und wir haben uns ja als Co-Kommentarer haben wir euch den Alix schon mitgebracht Joa lass mal MidiPack hinlegen ich hab keine Ahnung wie die Waffe abgeht ich hab die jetzt auch zum ersten Mal hier wahrscheinlich noch etwas ach also treffen wir schon mal gar nicht und haben mal den Sniper kacke mann also läuft grad irgendwie scheißer also wir waren die ganze Zeit gesliped und so auch nicht mal aus der Schussbank gehen woher auf dem voraus schon und Verstärkungsbord komm hier MidiPack und du auch noch MidiPack hier komm MidiPack 3 ach kacke A ist schon weg oh ok also gehen wir ja zu D äh B was ist das hier und mich die mal ein bisschen auf die Jungs ne wo die hier kommen und da hinten ist ein Sniper Au! Mensch Junge Mensch gar nicht toll einfach mal eine Granate reinholen das war trefflich wenn ich jetzt hier reingehe wer hat hundertprozentig geschniped könnte mal wieder jemand könnte mal berthemen Aua! Ok wir sind richtig minderwertig und jetzt ist auch noch Morserschlag hier reingewirkt worden Aua! Mg 36 Ok wir sind richtig spinzig das Na ja hab ich nicht auf jeden Fall ist ja recht gut sein laut anderen Bewertungen Oha wir sind das ist alle kommen noch ein Jochen Warni hier und sehen das ist Prozent ohne der Schmerz von der Anerkennung guckt euch an wie die Waffe aussieht ja die hat 80 Schuss im Magazin davon 2 also 80 80 60 Schuhe es in der Kampagne wir haben relativ wenig auch das ist gut aber das war reißig ich weiß nicht ab welchen mann die war hier rechtlich und schon wieder geschnitten johann Prozent Reichweite das war alles in die Reichweite es ist relativ in Ordnung das ist auch vor uns gemerkt dass sie wünschen wir haben auch gehen das ist auch ein bisschen sich nicht in das Visier nicht so toll das ist überall so das okay also die ist weil die Wieler Teil ist sehr sehr also sie ist nach einer Zeit sagt ich sag sie nicht so und dies ganz in Ordnung finde ich okay das ist die Geschichte okay ach du Scheiße aber wir sind jetzt extrem schlecht gerade man nicht so toll also wenn das Spiel von Snipern dominiert wird das ist halt scheiße ja trotzdem unser Team ist einfach mal extrem schlecht wir haben die Punkte übelst schnell verloren und ja alle Zerreize schon wieder übelste Sniper Joi mit der Waffe würde ich euch empfehlen immer so ein bisschen in den Hintergrund weil sie ist nicht so weit weg kann es nicht verbieten bleiben aber das ist nicht die schnellste aber es geht was machst du denn bitte jetzt werde ich auch noch gesnipet oder was ich glaube komplett gemacht was wo ist denn er wo ist das eigentlich ich habe meine gesamten Punkte ja deine gesamten Punkte fast nur mit dem Wiederbelebungsspaß da gemacht wir werden die Punkte jetzt auch alle verlieren also wir haben noch einen Punkt jetzt das sollten wir ja eigentlich schaffen den mal also wir können wir alles nicht war zu spät ja das war gut geworden das war deine eigene ja jetzt gehts zu weit viel zu weit hoch als solltest du erstmal hier ein paar Leben mehr das tun wir nicht hier ja wir werden förmlich aufgefressen von den Kollegen hier aufgefressen? jetzt gehst du schon auf Tierirurgie rein ja guck's jetzt einfach mal an bitte wir werden hier einfach nur Boden gnadenlos abgemetzelt heißt das ganz jetzt wie du möchtest ich heil' ja grad nur Teamkameraden ne oh da jetzt nicht mehr oder ich geh MG3 ne oder? ne das ist die eine höchstens mit Attachments aber ja guck was der draufgepackt hat ja irgendwie ist das hier grad du bist alter warum zückt der jetzt das Messer ne ok ok so du hast den verdammt du hast den zweiten Feind eliminiert in diesem einen Spiel da oben ins nahe du musst um weg zu gehen da oben in seiner warte also ihr seht schon auf die Landestansen verdammte Scheiße da das ist ja M4 A1 was ist das denn für einer was ist denn der an was ist denn der an und wie komisch mit dem wie es hier auch nicht so richtig klar also auf jeden Fall hier Rapid Aim dort drauf packen oder in Holocide auf jeden Fall kein M145 das hat er jetzt beim PMV der trifft wohl nicht also auf jeden Fall kein 100 Prozent M145 auf keinen Fall das ist kommst du mal wieder hier kommt bitte bitte du bist zu spät gekommen ha 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 ich hab' gesagt zu spät gekommen ja genau Witz des Jahrhunderts jo so da oben mittlere Distanz die Distanz ist mittler also mit der Elsa auf jeden Fall mehr da ist doch ein Ding Alter fuck, wie zieh ich dem den ab auf Distanz, gar nichts hey komm, der steht genau der steht viel zu hoch, was macht denn der Elsa oh mein Gott ich geh lieber mit der Kiste rein na gut, das war jetzt nicht das Schlauste ja Alter, Mann, unser Team ist so schlecht und ich hätte auch besser spielen können die Städte das war schon mal so, um ein Jahr war und jetzt sind wir direkt also ist es wirklich schlecht, aber gut oh, wir haben weh wieder gekriegt, boah AP in schärft, krankes Scheiß so auch, ihr seid noch nicht mal die Hälfte also, fast die Hälfte Alter, nein, nein auch nee, das ist doch nicht das ist ein Hack, das ist ein Hack, das ist ein Hack, das ist ein Hack das ist ein Hack, das ist ein Hack, das ist ein Hack es gibt doch einfach mal Leute, die können gut socken ne, aber da rennen mit nem Rucksack durch die Gegend ich mein Rucksack also da braucht ein Rucksack, also da hat er sein Hack drin, auf dem Rucksack Alter, wie so dein Neymar ist weil das ist voll nah, das schlacht vor und jetzt ist die Alarm, jetzt hier kommen ich, boh, jetzt, ich mach's in die Ecke, so, in die kranke Ecke jetzt hier Medipack und jetzt, pass auf jetzt, pass auf, ich mach die jetzt so platt ja, das Ding sieht so was von nur, du triffst, du wirst kein Treffen, oder? doch, 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 ich triff die schon alle, das wird schon das wird ja zu egelhaft, aber ich mach das hätte Spawn Kills Pitbull du bist der einzige von deinen Leuten, der noch hier steht ist mir egal ja, der Rest steht da eher nicht ich werde bestimmt von hinten gemessen ich treff die Leute nicht du bist der also, gute Präzision und Schaden arbeiten hier nicht gut zusammen ich will deine doch lieber auf die ELSA hinweisen ja, man muss ja wenn man jetzt sagen würde, man kriegt diese Wahl wieder zufrieden, kann man damit also, wenn man auf jeden Fall, wenn man jetzt in Daily Tour für immer gewinnt, oder so dann auf jeden Fall, kann man schon sagen, dass man zufrieden ist also, sie ist leicht, also sie hilft einfach immer besser als die MG3 die ist nicht schlecht, aber MG3 ist schon ja, wir wollten das nochmal ausprobieren wie das ist, wenn wir auf die MG3 Attachments packen wie das dann sieht es für zu hoch naja, man schaut ihn ja 311 das ist so richtig Alter, rauch Fabi raucht noch mal 6 nein, bist du bekloppt, Junge ok, gut, wir haben mich schon wieder fast verloren ne, ah äh, jetzt sag ich jetzt everybody let's go oh Alter das ist schon wieder da weil das ist aber auch mit dabei ich bin, der hat mich gerade ein Schuss also, dann macht ihn da und sich zu neuen ne, ne, schöniger D ja, der gilt nicht gleich hier mit was weiß ich, das ist nun, was ist das denn? ja, das schöne Waffe, ne sowas wie ich auch war das ist der Typ aber ich komme mit dem Visier nicht gar, ich kann damit nicht ziehen da hat er bestimmt, der gibt es bestimmt dieses ne, alles klar, der steht da hinten kriegst du noch, kriegst du noch? oh, den kriegst du noch ne, das weg oh, den kriegst du noch da drüben noch so der Junge, stell dich bloß noch wieder ins Feuer, Junge wenn nicht die Elser hat, nein, gefressen das ist die Steine drüber schießt also zufrieden kann man damit nur sein, wenn man noch sehr wenig aber man muss ja wenig an ich hab übel so verkehrt gerade ja also die Waffe muss man unter Kontrolle bringen auch nicht, dann muss man lange damit ich war auf 3 zu 14, dann müssen wir noch mal ein neues Let's Play machen also das Team ist auch richtig schön kacke gerade es muss einfach mal die Waffe einfach so ja, nebenher nicht irgendwie aufgepappt oder so hier, wenn wir grad ne geile Runde haben dass wir das Ding dann schön reden, sondern die muss die Waffe so let's play, wie es denn ist ich hab jetzt hier fast also ich hab jetzt hier fast wo war der? wo ist denn der? ach da! da an der Ecke ja, die ist so und der hat die aber bestimmt aufgepeppt so aufgepeppitypeppt so na der ist Rang 7 ich glaub nicht, dass der die auf oh ne, jetzt haben sie auch noch einen Verstärkungsspawn dahin gehauen oh das wird jetzt richtig bitter man readypack hin und durch ihr habt auch schon wieder du hast schon wieder deine ganzen Leben verloren fast naja, das Team ist einfach nur bin sich und es ist sogar ein Pionier noch durch mit ner APG oh wie sind wir denn überhaupt? ja, aber einige von euch sind so ein Noobs wie Mito zum Beispiel in der Rang mit den Tum gehen können oh fuck schau einfach mal was rein hier kommt du kannst auch noch eins haben gerne so ohhhhhh jetzt kommen sie sogar noch nicht haben naja, hier gibt's ja nur ein paar aber wenn's welche gibt dann gibt's und live ne komm und wieder Medipack und der rennt wohl ins Kreuzfahrt und hinten schon wieder ich mach mir deinen bunten Hunden, der so von daher das ist auch das das ist, äh deswegen kriegen wir nicht so schnell gute Punkte ich darf es nicht recken, man jawohl 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 der soll weg gehen, der soll weggehen, der sind so wie trocken gehören mal hin oh fuck kurz irgendwann nach jetzt kommen sie ihr hinter jetzt wird er gearscht das sind wir schon lange, aber egal aber ihr habt die Stellung noch gehalten wir zwei alleine Ja. Ich hab den nicht getroffen. Wo ist der? Wo ist der? Der ist da oben. Der ist da oben. Ach ne unten ist er. Gut. Also als Medic bist du eigentlich richtig gut. Bloß. Also diese Waffe passt nicht so richtig zum Medic. Doch. Also ich finde die ganzen Ordnung wenn wir jetzt noch ein bisschen was reinpacken. Aber nur wenn du was reinpackst. Aber sonst ist die nicht so richtig. Das Geld vom Eiter da her. Du schießt ja auch an den Pfosten. Na ja, du bist dann eben. Na ja, das sieht man nicht so. Das ist aber auch hier binzig. Da muss ne Granat reinwerben. Dreifach gelb, bäh, weg damit. Ne, die, die wär das schon schön stoppen hier. Boah. Das sagt dieses Ding. Nein, das ist aber auch nur wie ich. Ja, ja, ja. Naja, du hast ihn nicht mal in den Dividieren können. Als der Dividier. Ihr habt doch geschossen. Jungen, halt die Backen. Das sah für mich so aus. Wohne 1419. Nein, nein, das ist jetzt aber nicht so. Das ist so. So merken nun nicht das Scheiß. Doch, das ist nicht so. 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 Das ist schlecht. Okay. So, du hast schon wieder Freude. Jo. Haut rein. Bleib clean. M249. So. Jo. Jo. Das war's mit.